Ja, wahrscheinlich gar nichts, ja. Jedenfalls, das ist meine Aufgabe, Leute zu befähigen oder zumindest anzuregen, weiterzudenken als Ökonom, als Manager oder so etwas. Also die Rolle des Nachdenkens zu verstehen, Mut zu haben, nachzudenken. Also erstens habe ich mich schon öfter mal verliebt. Das ist, ja, und die kommt doch gelegentlich dann in die Krise. Also sie verschwindet oder aber sie verwandelt sich in die Liebe. Und außerdem gibt es Dialoge. Ja, da war ein Gespräch, also unter anderem mit Mike. Also das, was er zum Beispiel da jetzt gesagt hat mit dem Feuer. Mike hat ja schon einige so grundlegende Themen aufgestellt. Tiefe, zum Beispiel, ich habe das immer kritisiert, also ich habe ja auch immer miteinander gestritten. Und unter anderem eben auch über die Liebe haben wir diskutiert. Und Mike hat ein schönes Buch geschrieben, Sophia. Was heißt es so? Heißt du, ne? Yves. 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 Und es war sehr anregend, zu lesen, dass seine Vorstellungen davon, wie soll ich sagen, also etwas, das, was uns immer so ein bisschen am Boden fesselt, was uns manchmal quält, ja, wie soll ich sagen, schwer macht. Manchmal kann man die Schwere ja auch genießen, aber manchmal leidet man darunter, dass man schwer ist. Dass man das überwindet und den Gedanken an Liebe sozusagen etwas, etwas Leichtes, etwas Legeres, etwas nimmt, was vielleicht nicht da ist. Also jetzt mal mit Heidegger gesprochen, etwas, was in die Lichtung gehört, wo man etwas Übergeordnetes denkt. Also wo man sagt, na, Liebe ist vielleicht nicht nur die Verbindlichkeit oder nicht nur die Verantwortung oder die Bilateralität oder überhaupt das Laterale. Und wie, ähm, Liebe ist vielleicht noch nicht mal nur, dass wir uns mittendrin befinden in einem Euphorium, also in einem Raum, in dem ist einfach, ja, dass wir in einem Raum sind, wo, wo lauter Glück ist, ja, also das, ja, sondern das ist vielleicht ein Überlaufen, was in einem Euphorium. Nö. Noch ein bisschen. Aber man hat, ja, um es mal ein bisschen aufzugreifen, ja, also wenn man, also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich ein Mädchen oder eine Frau oder eine Frau bekomme, die ich ein bisschen beeindrucken wollte, dann habe ich gesagt, Liebe ist die Schaffung eines bilateralen Euphoriums. Ich möchte euch merken. Und wenn man sich der Atem schon gelobt hat. Man kann das selber schaffen, indem man sich nämlich mit seiner Elektro-Gitarre vor dem Verstärker stellt. Und wenn man richtig den Krach macht und dann ist ein Multilaterales Euphorium. Ja, genau. Wenn man dann die Tare vor dem Verstärker hält und dann fängt das Ding an zu quietschen und so weiter, dann verstärkt das auch ein bilaterales Euphorium. Aber das ist dann aber noch nicht Liebe, dann ist es eher Narzissmus. Ja, aber die Frage ist, also das, was Michael natürlich nahegelegt hat in diesem Jungen, ist, dass wir darüber reden, also dass es nicht so etwas ist. Ja, dass es unterschiedliche Herangehensweisen gibt. Über was? Über den bilateralen Euphorium? Zum Beispiel, aber auch über das, was man so Begeisterung nennen kann. Oder was man eben verwendet. Also, du bist ein Transparenz. Genau, zum Beispiel. Also, wer ist auch einer? Ja. Na ja, also, zum Beispiel, wir hatten ja vorhin, wir haben uns ganz kurz vorher unterhalten, so zwei Minuten vorher. Und da ist mir spontan ein Bild... Ich bin so froh, dass er gekommen ist. Da ist mir spontan ein Bild in den Kopf gekommen, als quasi Einstieg für uns heute. Die Frage, also was ist denn die Besonderheit zu definieren? Was das ist? Wer könnte das? Und meine spontane Reaktion war, mich an ein Gespräch gestern mit einer Theologe zu erinnern, einer katholischen Theologin. Und das war ein bisschen... Ja, ich fühlte mich wie ein Ketzer. Und dann habe ich gesagt, naja, weißt du, der Unterschied zwischen der Philosophie und der Theologie besteht ja darin, dass der Theologe ja auch ähnliche und gründliche Fragen stellt und dann bis zum Ende fragt und so weiter. Also ganz weit fragt und dann nicht ganz. Ja, nicht ganz. Aber am Ende ist er das Resignativ. Ja, und der Helfer, weil er sagt, mir reicht es an dem Punkt, da muss ich nicht mehr wissen, da kann ich glauben. Und der Philosoph kommt vielleicht auch zu dem Punkt, aber er ist unzufrieden. Er will... Er reicht es nicht zu glauben, sondern er will wissen, er will vielleicht noch weiter. Das eine ist der Unterschied zwischen Mystik, da ist das Dunkle, das muss man akzeptieren und das Dunkle ist für den Philosophen nicht akzeptabel. Man will also aufklären, man will nichts reinmachen, man will mit der Taschenmappe etwas Dunkle leuchten. Und das ist bei der Liebe ja nicht anders, bei unserem Gespräch. Ja, also die Liebe etwas Großes, etwas Unklares, etwas Großes, Geheizvolles, etwas Dunkles. Und wir sind jetzt, oder ich zumindest, wenn jetzt der, der mit der Taschenmappe da hineinwommen hat. Das Problem an der Taschenmappe ist, dass die nicht so stark ist, dass alles gleichzeitig aufhält, um dann immer nur ganz bestimmte Punkte zu sehen. Das Biologische, das Chemische, Oxytocin, dass man da also irgendwelche Hormone hat, also Bindungsverstärkungen oder Sozialaspekte, vielleicht sogar Verbindlichkeiten, ja, dass man, wenn man dann in die Politik guckt oder ins Recht guckt, dann gibt es sozusagen die Ehe als Zugewinnungsgemeinschaft. Ja, wo man dann überlegen muss, gibt man diese Verbindlichkeiten ein? Und dann rechtlich. Ja, aber das ist sozusagen nicht klar. Nicht klar, wenn du sagen, ist mir klar, ist das nicht klar. Liebe kann man nun punktuell definieren. Und die Frage ist, Entschuldigung, aber ein Satz, das ist eine räumliche Metapher. Ich glaube, dass man mit einer räumlichen Metapher nicht klarkommt, also dass es nicht ausreichend ist. Ich glaube, dass wenn man wirklich anbindet, muss man eine andere Dimension haben. Zum Beispiel muss man über Resonanz nachdenken, über Prozesse nachdenken, über Bewegung nachdenken. Ja, über Klang zum Beispiel. Also nicht sozusagen mit der Taschenlampe oder irgendwelche Räumlichen Punkte ableuchten, sondern eben vielleicht. Das ist aber auch noch alles irgendwie ein bisschen räumlich. Und trotzdem, ich suche jetzt mal die Differenzen, damit es interessanter wird. Also erst mal, Mystik ist nicht unbedingt dunkel. Also das ist eine Färbung, kann man da Mystik geben. Ich finde, mystische Erfahrung hell. Ja, wenn weit, manchmal blendend, dunkel ist auch gut. Also ich suche jetzt mal die Differenzen und ein bisschen Funke. Nachdem du dich vorgestellt hast, möchte ich mich nicht sagen. Ich war schon in der ersten Klasse Grundschule zum ersten Mal richtig für mich. Das sind dann so Beigteile in meinem Leben, ich habe da gar nicht mal aufgedacht. Aber die ganzen Grundschuljahre, ich habe mich nicht getraut, es hier zu sagen. Also meine Lava-Karriere ging dann noch weiter, es ist sehr vielfältig. Ja, und erst im jungen Alter von 18, 19 habe ich dann Philosophie studiert. Und da war auch erst Wissenschaft im Hintergrund. Und später habe ich dann eine Zeitung rausgegeben. Ich kenne vielleicht eine Connection, die sich sehr mit Liebe beschäftigt hat. Und damals war meine Mission an die Weltbewusstsein und Liebe, das wird die Welt retten. Also Weltrettung habe ich nicht ganz geschafft. Ich habe 30 Jahre lang die Zeitung wieder rausgegeben. Und darunter auch eine Sprähne waren die Tantra-Hälfte. Ja, und die sich auch in ganz besonderer Weise beschäftigen. Tantrikan ist ja lieber mit der körperlichen Liebe, der geistigen und der seelischen und also allen drum und dran. Und dann ist das auch ein Ziel. Aber die Philosophie der Liebe, die versucht dann, das Ganze geistig zu erfassen. Ich habe ja auch gestern schon Definitionen von dem Hörer selbst, dem Ego, gehört. Und das hat mich nicht glücklich gemacht. Also ich muss mich erst mal außen als ein Freund des Egos. Also wirklich ganz konform mit dem Mike. Also Ego finde ich eine farbenhafte Kiste hier. Richtig super gut. Und ja, ich möchte es natürlich von Licht durchfluten lassen. Ja klar, das ist die Spirituelle nicht auch. Aber Ego-Bashing finde ich die schlimmste, die die spirituelle Szene an sich hat. Auf dem eigenen Ego rumzukommen und auf dem der anderen. Ganz blühe Angewohnheit, da kann ich nicht dahinter stehen. Und die Transzendenz-Suche ist ja auch wieder sowas. Da sucht man etwas, was fern ist, obwohl es eigentlich schon da ist. Und das ist alles, woran beide Leute fragen, ist ja auch, wie die Liebe vor einer eigenen Nase schütten. Alles anstatt der Ferne. Also Ego, Ego ist prima. Ego Transparenz, Ego Transparenz. Und dann in die offene Weite sich ausdehnen. Und vor dem Hintergrund der offenen Weite, der Grenzenlosigkeit, in der man ja umschwindet. Und man kann ja gerade Strukturen kreieren. Und zwar nicht die herkömmlichen, die die Ursprungsfamilie an den Götting-Systemen haben, sondern aus dieser Freiheit. Diese Freiheit, die, mit der Goethe gesagt hat, ich gehe das Wahlverwandtschaften ein. Ich wähle das für so einiges, wie es ist, Mensch, ich wähle das, mein Nest, meine Verbindungen. Ja, aus dieser Freiheit heraus etwas zu kriegen. Und da sind wir aber dann bei der irdischen Liebe. Tizian hat ja so ein schönes Bild gemalt, die irdische Liebe. So ein Mythos, der wohl auch aus der Krantität schon kommt. Und die Bedingungs- und grenzenlose Liebe, und er war weiter auch schon mehrfach geredet, da hat sich die Ohren gespitzt, das finde ich ganz klasse, Bedingungs-Mythos. Aber dann gibt es aber auch eine irdische Liebe. Und in der irdischen Liebe werden Bedingungen gestellt. Und da ist es wieder das Ego unterwegs, so die Struktur, die ich so schätze. Weil sie Ja sagt und Nein. Und das ist wie so eine, so eine, und diese Ja-Nein-Sagen, das ist wie eine Silikammerbe-Nembran, in die einzelne Zelle, die in dem Organismus ja irgendwie auch bestehen will, und das ist eine durchwässige Sache nicht. Sonst geht der Organismus ein. Wenn diese kleine Zelle nicht Ja-Nein-Sagen gibt. Und trotzdem, wenn sie das Bewusstsein erreicht, dass dahinter der grenzenlose Himmel ist, und der Tropfen in den Ozean reinfallen kann, dann alles eins ist. Aber falls ihr mal oder einige von euch mal auf dem buddhistischen oder weiter genannten Weg unterwegs waren, und nur davon geträumt habt, dass der Tropfen endlich in den Ozean fällt, und ich kenne viele Leute, die davon träumen, und da können aber zwei Tropfen in den Ozean keine Bindung eingehen. Das ist schlimmer als bei Nemo, ja. Also, in Niemandsland kann man keine Zelte aufschlagen, die Messpause nicht möglich, da muss man wieder zu irdischen Liebe kommen, ja, da muss man wieder Strukturen bilden, dann gibt es auch rote Linien, die ihr rüber gehst und nicht. Das ist eine Definition. Und, ja, es scheint vielleicht durch das unendliche Bedingungslose Liebe, aber Kinder zur Schule zu bringen, mit einem Partner das Zimmer oder die Wohnung zu teilen und immer nur bedingungslos liegen, da muss man eben die Körperkolle bedacht werden. Und das ist ein Beispiel, die ihr geschickt habt. So, das war es halt von Zidata Wallstein. Guten Abend. Dachte ich, es ist ein bisschen was dazu zu sagen. Naja, vielleicht muss man den Begriff der Transcendence nochmal aufgreifen. Aber dann können wir den auch wieder zur Seite bringen, weil ich das eigentlich viel spannender finde, dann über Bedingungen zu reden. Weil das ist ja das, was uns vorantreibt und... Brennt und vorantreibt. Ja, das ist das, was uns, was brennt. Und das Feuer, das haben wir schon gehört. Lüte lebt und brennt. Ja, und ich glaube, das ist eine ganz gute Metapher, sich vorzustellen, dass wir Resen sind, die Langeweile entwicklen. Dass wir uns an etwas gewöhnen. Kann man eigentlich nicht vorstellen? Ja. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Aber ich kann mir vorstellen, wenn man die Dinge wiederholen muss. Ja, ja, ja. Sitzungen, das um Studienordnen geht. Aber das, also das Habitualisierung etwas mit Langeweile zu tun haben kann. Und dass dann ein Impuls da ist, der vielleicht sich von anderen Lebewesen unterscheidet. Dass wir sagen, das macht uns unzuprägen. Moral ist etwas, was verführt zur Langeweile oder was tendenziell langweilig ist. Und dass wir dann einfach sagen, wir gucken doch mal, wo ist dahinter, hinter dem Bekannten, hinter dem Habitat. Vielleicht etwas gibt, was wir noch nicht kennen. Also was, ja, was vielleicht etwas, also zumindest was eine Energie erzeugt bei uns, oder wo wir was nehmen, was unsere Hirnzeiten wieder ein bisschen bewegt. Ja, es gibt ein ganz tolles Beispiel für Langeweile, ein primitives Beispiel in der Psychologie, nämlich die Schnecke. Es gibt einen Aufsatz von einem Fachmann, der heißt, die Schnecke heißt Dobis. Und da haben sie immer wieder versucht, die Schneckenhörner zu berühren. Und nach einer Weile sind die Schneckenhörner nicht mehr eingezogen. Die bleiben, weil die Schnecke gelernt hat, dass die Berührung ihnen gefährlich ist. Ja, die Berührung ist Bestandteil des Habitats geworden, der Schnecke. Und das heißt also, unsere Gehirnzellen sind ähnlich, wenn sie immer wieder ein Gleiches verziehen müssen, dann strengen die sich nicht mehr an. Aber das menschliche Gehirn leidet dann darunter. Leidet, dass es nicht mehr Impulse bekommt, nicht mehr neu zu sein, also nicht mehr aktiv sein zu müssen. Das heißt, es gibt so etwas wie eine biologische, quasi natürliche Quelle für Neugier. Eine Gier, wohin zu gucken, wohin zu gehen, wo man nicht weiß. Also das Habitat zu verlassen. Ich glaube, der Begriff, den wir dafür haben, ist Horizont. Ja, das heißt, wir gucken eigentlich hinter dem Horizont. Und dann, ja, der Theologe sagt dann nicht Horizont, er sagt dann Transcendentalität. Ja, er sagt das dahinter. Ja, das ist dahinter. Transcendentalität. Und der dahinter ist dahinter, muss ich dann auch wieder gucken. Ja, ja, das heißt, wir sind doch diejenigen, die dann losgehen und gucken, ob es dahinter was gibt. Wir stellen relativ bald fest, ja, es gibt einen dahinter, aber es ist dann kein dahinter. Also nur noch immer da sind, es ist kein dahinter. Also wir sind permanent sozusagen in einem Paradoxon gefangen. Und es ist doch ein sinnloses Paradoxon. Ja, das ist das Tolle da. Ja, doch, das ist doch toll. Immer neue Energie, die Endlosigkeit. Wir haben doch, wir sind, also erstens ist es toll, weil es endlos ist, weil es immer wieder neue Energie gibt. Und zum anderen, ja, also ich kann mal sagen, wir versuchen das ja trotzdem einzufangen. Wir versuchen das unfassbar auffassbar zu machen. Und der Begriff für das unfassbare, fassbare, macht heißt Welt. Ja, das, der Begriff Welt, oder das Wort Welt ist eigentlich sozusagen das in die Hand Nehmen des Unfassbaren. Oder das ist ein Paradoxon, ja, oder das sozusagen Unendliche endlich zu machen, in der Vorstellung etwas Unendliches vorstellbar zu machen. Und das kann man ja nun auf den Begriff der Liebe ja auch anwenden. Das heißt, es gibt also eine ziemlich problematische oder sparrungsreiche Beziehung zwischen dem Geborgenen, dem Mest und dem Sicheren, dem Hiesigen, ein kleiner Auge, langweiligend, und dem, was man auf der anderen Seite hat, was neu sein kann, was immer sich wieder verändert, was man nicht kennt. Ja, dann ist es vielleicht dann aber auch schon fast zu krank sind. Ja, dann ist es vielleicht dann aber auch schon fast zu krank sind. Ja, und das ist das, was mir spontan einfällt zu dem Thema Liebe, Liebe, weil wir natürlich die Suchenden, weil wir sind verurteilt. Also am meisten Menschen sind verurteilt, wir sind Sinnsucher, Glückssucher und Verurteilte, immer neugierig zu sein. Und ich glaube, dass es ganz schwierig ist, aber es gibt natürlich auch Leute, die unglaublich langweilig sind, und die sich dann in die Idylle begeben und dann sozusagen quasi Wachschlaf machen. Wachschlaf, Sie meinen, Sie sind ja ein Wachschlaf. Ja, und dazu sagen die dann vielleicht, lieber ist es aber kein, sondern es heißt eigentlich nur Problemlosigkeit, oder es heißt Sicherheit, oder es heißt irgendwas. Jedenfalls aber die Menschheit als, wie soll ich sagen, als Erfindung der Natur, sozusagen ist der Mensch, wenn es sich selber beschäftigt, also sich selber zum Gegenstand des Entwurfs zu machen, der ist quasi verurteilt zur Neugier, oder eben zum Aufbruch, sozusagen ins Offene, ins Unbekannte. Und das ist die entscheidende Quelle für Liebe. Das würde ich mal so sehen. Das ist die taugliche oder der Grundbescheidung der Begriff der Transcendentalität bei der Definition von Liebe so gefällt. Ich bin ja nicht so gerne verurteilt, aber das... Ja, ich mag die Paradoxien. Jetzt würde ich gerne noch so ein bisschen was von euch hören, weil da stand ja irgendwo in der Überschrift, was ist Liebe eigentlich? Und wir haben es in unserer letzten halben Stände noch nicht so richtig. Wir spielen damit hin. Und ich würde gerne wissen, was... Kurzes Statement von euch. Ihr habt bestimmt euch ungefähr so lange, wie wir, auch mit dem Thema gefasst. Ist das dein Fazit? Ist das eine Aussage, was ich liebe? Das würde ich gerne hören. Na, vielleicht hat es Kriterien, an die man sich behalten kann. Näher zum Sprechen. Liebe hat was mit Resonanz zu tun. Verbindung. Identität. Respekt. Ja, natürlich. Ja, natürlich, die mindestens gehen lässt. Also mit Empathie habe ich alles die ganze Zeit nie gehört, obwohl das Motto dieses Wochenende ist. Ja, ich habe das schon gesagt und so bin ich auch gesagt. Vielleicht kann ich nicht nur noch ein bisschen mehr zum Wochenende sein. Jetzt sagen wir mal ganz platt, Liebe ist das Gefühl oder das Wissen, verbunden zu sein mit beziehungsweise dem Ganzen einer Person, einer Kommunikation. Ja, von mir oder von mir im Kosmos. Mit seinen Verwandten, Kindern, mit... Ich kann natürlich auch Landschaften oder sonst was lernen. Das fällt doch alles unter Liebe, oder nicht? Okay, dann machen wir einen Stopp, dann meldet sich jemand, der hat die Liebe verstanden. Ja, richtig. Für mich war das, obwohl ich 70 bin, immer Schmetterlinge war. Fast immer. Und jetzt? Immer noch. Das ist dann auch Sytozine oder Lopapum? Keine Art. Keine Art. Ist ja keine Art. Ist ja keine Art. Ist ja keine Art. Ist ja eigentlich auch egal. Wir nennen könnten Schmier eingebauten, in so schönen Definition, eher für Verliebtheit als für Liebe. Aber im Euphorium ist es gewiss. Ist da ein Unterschied? Ja. Nein. Nein, nein. Als ich vorhin das Bild in der Taschenlampe gehört habe, da kam mir so, die Liebe ist doch die Taschenlampe. Also nicht, dass ich die Liebe mit der Taschenlampe versuche, sondern dass ich das gehört habe, die Liebe ist die Taschenlampe. Das ist das Licht, die mich befehlt, zu sehen. Es gibt ja Falling in Love, heißt es auf Englisch, noch gibt es so ein schönes Lied, das heißt Rising in Love. Das ist umgekehrt, dass wir eigentlich aufsteigen in der Liebe. Ist die Liebe dunkel? Ist sie hell? Ist sie das Licht? Ist sie die Aufklärung? Oder ist die Aufklärung gegen das Dunkle? Ah. Die beste Definition, die ich jemals gehört habe und die für mein Leben auch stimmt, ist, Liebe ist die Freude am Dasein und So-Sein eines Menschen. Ich habe mal bei Hegel eine ganz verschwurbelte Definition von Liebe gelesen, die mich aber nicht mehr losgelassen hat. Und er sagt, Liebe ist die äußerste Punktualität des Selbstbewusstseins. Das klingt noch ein bisschen aus. Ja, erst mal reizvoll, wenn man es nicht versteht. Noch mal. Ich liebe auch. Noch mal. Ich schreibe das aber auch in anderen Texten und er meinte ja, das finde ich echt einen tollen Punkt, das ist der Punkt, wo wir am meisten wir selbst sind und am wenigsten. Also der Paradox, weil wir sind total, wir spüren uns lebendig, wir spüren uns ganz, was bin ich, ich spüre mich am meisten, wenn ich verliebt bin. Andererseits bin ich ja nur verliebt wegen etwas anderem, wegen einem Du, wegen einer Tätigkeit, wegen einem tollen Menschen oder so. Das heißt, ich bin auch nur durch ganz den anderen und auch völlig verfallen und hingegeben an den anderen. Auch diese paradoxe Natur, vielleicht kann das nur die Liebe so stark in uns hervorheben und Kunst und weiß nicht was anderes noch, Fußball, und kann das nicht in dem Arm stehen. Die äußerste Punktualität des Selbstbewusstseins. Weiter weiß ich nicht mehr. Ich habe natürlich, wir weiß nicht, dass die Punktualität des Selbstumarmt den Rest der Welt. Das ist das, was man braucht, was man so in Polarität des Selbstbewusstseins hat. Das war auf jeden Fall mal ein Punkt, wo ich Liebe als ein Gleicheses habe, einen Punkt mit dem Moment des ganzheitlichen Erkenntnisses. Weil ich ganzheitliche Erkenntnisse habe, habe ich Liebe, also zwei zusätzliche. Und auf dem Weg zu ganzheitlichen Erkenntnissen sage auch, viele Leute bestimmt brauchen Liebe. Aber das kommt auch darauf an, wie man ganzheitliches Erkennen definiert. Es gibt ja Einsamkeiten überall, die kann man auch zusammensetzen. Letzten Endes, um überhaupt zum Erkenntnisprozess zu gelangen, muss ich mich verbinden. Es wird ja aber noch nicht, diese Art, die man dann passiert, wenn ich ganzheitliche Erkenntnis habe. Dann werde ich erkennen, wirst du da ganz so richtig fühlen auch? Ja, ganzheitlich, also meine ich auf jeden Fall auch den Gefühlsmoment. Ich würde es aber am ehesten auch mit einem künstlerischen Aspekt vergleichen. Also ich glaube sowieso, dass wahre Erkenntnis nicht so wirklich möglich ist, auf die Weise, wie wir in der Tatwissenschaft machen, sondern wenn man in der Kunstaspekt hinein. Also du musst es auch ausdrücken. Ja, Kunst ist für mich noch mehr als einfach nur irgendwie ausdrücken. Man hat auch sehr viel mit dem Wissen zu tun mit mir selber und mit dem Verbinden, mit dem das unterbringend ist, auf eine Weise die Introspektion der Inhalte. Dann spricht halt die Schöne, was Platon schon sagt. In seinem Sympose meinte er, die Liebe, die er damals eher ausfandelt, das ist die, die uns Menschen mit den Göttlichen verbindet. Und aus dieser Verbindung alle Käthe, Erkenntnis, alle Kunst fließen. Wir müssen sozusagen hier aus unserer Höhle rauskommen und dieses ganzheitliche Spüren wechseln uns die Lust, uns in diesem ganzheitlichen Sinne zu fühlen, zu sein, zu entwickeln. Und daraus entspringt alle Schönheit in der Seele und im Körper. Das ist eher was. Ich habe ja auch noch Agathe und viele Jahre. Na gut, dafür Platon war das, der was eigentlich. Der was war so der Kern, der alles macht. Der andere hat es dann auch was, so dass es auseinanderdividiert, aber es ist ja die Frage, ob es eine Energie ist. Und er weiß jetzt mal nicht nur Sexualität, sondern eben dieses Feuer, wir hatten ja schon das Feuer, das Feuer, was uns ja auch ausreißt, aus der Gewohnheit und uns so ermutigt, neue Horizonte zu machen. Und jetzt konntest du schon ein Punkt, ist da oben. Das ist natürlich das Radar-Einfall, dem was es da ist. Vielleicht kann man das ja mit der Taschenlampe nochmal aufgreifen. Und ich finde das gar nicht so falsch, also diese Umdrehen, dass man das Werkzeug jetzt nicht mehr nur als zufälliges Hilfsmittel benutzt, das sollte ja auch eine Kerze sein können, sondern dass die Taschenlampe selber jetzt schon eine eigenwärtige Bedeutung bekommt. Und was kann dahinter als Metapher verstanden gemeint sein? Dass die Liebe eben kein Ergebnis ist oder kein Ding ist oder kein Zustand im Sinne von Struktur oder so, sondern Liebe ist ja eine Energie. Eine Energie, die man dann fühlt, die man in sich hat, wo man dann aufgeregt ist, also Stichwort Schminderl-Wetterling und so weiter. Man ist also in Liebe, man ist gefallen oder man ist aufgestiegen in Liebe, wenn dann diese Energie da ist, weil man dann in Spannung ist. Man muss also in Spannung sein. Und das ist natürlich die große Kunst, es besteht diese Spannung dann zu halten oder wie immer wieder zu erneuern. Und deswegen ist die Transcendentalität so wichtig und die Neugier, aber das ist ja ein anderes Thema. Aber entscheidend ist tatsächlich, dass wir diese Spannung schaffen, dass wir also in Spannung kommen. Und die Frage ist, wodurch kommen wir in Spannung? Was haben wir selber für Voraussetzungen? Eine Disposition, wenn man so will, unsere eigenen Fähigkeiten dazu? Und was ist woanders auch dann da, was mich dann in Spannung versetzt? Ja, oder was? Also es muss ja irgendwie dann so eine Art, ja, es muss ja auch funken. Und das ist für mich eine interessante Frage. Also was, Liebe ist Spannung? Nein, doch. Es gibt doch zwei Damen und einen Herren. Komm mal rein, die Dame war zuerst. Ja. Ja, also ich bin, ich habe es schon länger auch gesagt, was mittlerweile eine Sache schon erwähnt, die ich sagen wollte, nämlich Neugierde, also so viel zur Langeweile, die ihr eben angesprochen habt, weil ich glaube, Liebe ist, einen anderen Menschen neugierig und ohne Projektionen zu betrachten. Und dann bleibt die Liebe auch schon. Also wenn man sich selbst sozusagen rausnehmen kann und nicht offen ist für die andere Person, nicht die eigenen Projektionen und Erwartungen, dann ist das schon. Also Neugierde und ohne Projektionen und Erwartungen ist natürlich groß und sehr satt, aber trotzdem, also ich bin da einfach verstanden. Aber das ist der Beginn eigentlich. Das ist erst mal eine liebevolle Haltung mit einem anderen Menschen gegenüber. Ich rede jetzt auch gar nicht nur von Paarbeziehungen, sondern wenn ich dem Menschen liebevoll begegne, also in die Liebe gehe mit einem anderen Menschen, dann versuche ich den so zu sehen, wie er wirklich vor mir steht, ohne meine Projektion und auch Neugierig. Und das Neugierige, das ist ja auf Dauer dann auch wichtig, dass das für Leute... Was ich bemerkt habe, dass die Schönheit die Liebe erzeugt. Aber um das fühlen zu können, um das erledigen zu können, muss man offen sein für die Schönheit. Und das ist auch eine Frage der Erziehung, dass man überhaupt sieht, was schön ist. Dass man weiß, dass man sein Herz geöffnet hat. Also zum Beispiel im Himmel kann ein wunderschön sein, ein Sonnenaufgang oder eine Blume oder ein Mensch. Aber man muss ja dafür bereit sein, diese Schönheit zu sehen. Und wenn man das mal beobachtet, der Bericht, jeder hat so eine Schönheit nach dem. Wenn man will. Also Goethe hat gesagt, das Auge, was die Sonne in sich trägt, kann die Sonne sehen. Der bezieht sich aber wiederum auf Platon. Ja, finde ich gut. Und ich würde es vielleicht noch anmerken, auch von der Sonne in der Kirche, es hat ja was mit Identität zu tun, die man irgendwo im Gegenüber findet. Ich gehe also rum und ja, alles mögliche Leute, wenn ich bei irgendjemand anders mache, macht es Peng und merke, das ist sowas wie ein Spiegel meiner selbst. Da habe ich was erkannt. Und da habe ich natürlich auch die geringsten Probleme, das Gegenüber so zu erkennen, wie es selber ist. und es entspricht ja am nächsten meiner eigenen Identität. Aber was ist das, diese Identität? Und das ist eine gute Frage. Jetzt kommen wir mal bei mir, oder? Ja. Liebe ist, vielleicht auch, ja, Liebe ist die Projektionsfläche der Verzweiflung. Das glaube ich nicht, aber ich glaube, das muss mir mal gesagt werden. Das ist ja alles viel zu romantisch. Das ist so gedurchtrennt von Prositiv. Also ich weiß nicht, bin das nur ich, der liebe auch komplex und schmerzhaft und dunkel und gemischt und verwirrend und irritierend. Nein, bist du nicht? Doch, jemand noch mal? Ich wollte das nur mal reinwerfen. Das ist ja zu großartig. Spannend. Spannend, ja. Ich finde es aber auch entspannend. Ich finde es nicht nur dumm, ich finde es auch nicht, die Verzweiflung ist mit drin. Und ich versuche dann immer zu entscheiden auf verschiedene Formen, denn Liebe auch die Entbindung, denn Liebe hin zur Bedingungslosigkeit ist ein transpersonal hin. Aber für mich ist Liebe eben nicht nur das Transpersonal. Es ist formlos, strukturlos, unirdisch, nicht im Alltag leben. Und für mich ist es dann die Verbindung zwischen dem Ganzen. Ich wollte noch mal aufregen, dass du gesagt hast, das ist Spannende. Also irgendwie, dass es was Spannendes ist. Und da habe ich mir so gedacht, okay, vielleicht reden wir uns zum Beispiel die ganze Zeit ein, also es ist spannend für mich, wenn ich was erreichen könnte, was ich für unerreichbar glaube. Also, dass die Liebe irgendwie von uns so in die Ferne gerutscht wird, weil wenn ich es dann doch mal schaffen könnte, also die Idee, dass ich es dann doch schaffen könnte, das ist so dieses... So wie die Erleichterung und so weiter, was dann immer... Ja, irgendwie, ich rücke es absichtlich in der Ferne, weil es dann spannender wird. Oder weil, wenn es mir dann wirklich zu Teil wird, dann ist die Begeisterung dieses Euphorium. Das ist ja auch eine Stimme. Ich möchte in der Spannenden lieber noch was anderes mit gegenüber geben, weil da gibt es auch so eine ganz weiche und ganz unspektakuläre, eine ganz weite, eine ganz einfache, ganz schöne, ganz... ... ... ... ... Ein Freund von mir hat gesagt, Liebe ist eine ernste Angelegenheit. Und er hat recht, glaube ich, wie wir das heute Abend, also hier gerade feststellen, es ist eine sehr ernste Angelegenheit. Wir haben schon wirklich gelacht. Bitte? Wir haben schon wirklich gelacht. Ja, gelacht haben wir in dem Moment, wo wir gesagt haben, dass sie ja noch dunkle sein. Da kam Heiterkeit auf. Vielleicht unterhalten wir es da oder weiter. Ja, vielleicht kann man ja den Vorschlag von Ihnen nochmal aufgreifen mit der Identität. Ja, weil, also es gibt ja keinen komplizierteren Begriff als den der Identität. Wenn wir den mal jetzt ins Deutsch übersetzen würden, dann kommen wir ja schon der Sache näher, weil es heißt ja, sich selbst gleich sein. Und ich glaube, dass niemand in der Lage ist, mit sich selber gleich zu sein. Also, wir sind ja uns selber gleich, wir können sagen, wir sind, ich bin der und der oder die und die und wir sind es zugleich nicht. Also, es gibt keinen paradoxeren Begriff als den der Identität, weil wir nämlich gleich und ungleich immer zugleich sind. Und das ist natürlich für die Liebe extrem spannend. Es kann zu sehr großer Gelassenheit führen, weil, wenn man das erkannt hat, dann kann man sich vielleicht nicht mal beinlassen, das ist sehr schön, aber es ist, auf der anderen Seite ist gerade das, was ich vorhin sagte mit der Paradoxie oder mit der Spannung, das ist ja glaube ich, das, was dann eben auch das ja, Zerrissene oder auch Schmerzliche mit generiert. Ja, also ich glaube, das ist nichts, also klar, Spannung, Energie, Paradoxie und so weiter, das sind alles Begriffe, die in diesen Oberbegriff Liebe hineingehören und den Begriff der Identität kann man dafür nutzen, um das besser zu verstehen, weil es ist tatsächlich so, dass wir, wir sind und wir sind es zugleich nicht. Kann ich mal kurz noch einnehmen? Das geht ja bloß unter Warn. Aber die Dame war zuerst, ja. Also nicht, ich sitze mal bleiben bei Ihnen. Ich kann natürlich auch einen anderen Begriff wählen nach, den Ausdruck Identität und die Selbstgewissheit. Also sowas haben wir, auch wenn das nicht wie sich definierbar ist, muss es vielleicht auch nicht immer so genau kennen wir uns selber. Aber vielleicht gibt es etwas, was ich uns, was ich mir selbst gewiss ist und das ist natürlich denkbar, dass ich das auch irgendwo im Außen wieder spiegelt. Vielleicht ist es eine ständige, vielleicht ist diese Selbstgewissheit auch in der Verbund mit einer ständigen Suche ist außen. Da sei es sozusagen ein Platz zu finden, wo das Schlossprinzip oder so etwas wird. wo man und das kann in den anderen Menschen sein, wie auch in anderen Dingen, in denen wir so uns haben. noch mal zu viel, es will nicht so schön, denn ich würde gerne noch mal diese Unterscheidung aufmachen, verliebt sein, weil es Liebe und da kam auch das Stichwort Schönheit und ich denke, Schönheit ist in beiden, im verliebt sein und in der Liebe, wobei das Verliebtsein das ist so, wie ein Tod in der Sonne gegangen. Man kann sich nicht in dem verlieben, er findet stark und gut, aber der Sonne ist egal, der verschwindet, der verändert seine Form und oft will man ihn ja irgendwie festhalten, diese Verliefer festhalten, aber im Kern ist sie vergänglich, wie der Sonnenentdecker und ich finde es schön, die Verliefer dann auch so loszulassen und in die Liebe überzugeben. Liebe ist mehr wie eine Rose, die sowohl die schöne Blöde hat, als auch die Dörren. Und hier kommt wieder das Schmerz zu Tage, beziehungsweise das Schwierige, dass das auch mit einer gewissen Selbstelligkeit zu tun hat und mit einer Verbindlichkeit zu der eigenen Intimität und das ist viel mehr als einfach ungegangen. und es bleibt länger. Ja, jetzt wollte ich was auch noch sagen, jetzt gehe ich da drauf mal ein, das ist und genau unsere Identität, also Liebe hat ja, wir Menschen, wir wandeln uns ja zum Teil ungern, weil wir Angst haben, weil dann unsere Identität in Frage gestellt wird. Und ich glaube mit Liebe ist das so ähnlich wie diese Definition und Ideen, die wir von Liebe haben, also wegen Liebe versus Verliebensein und Langeweile, Spannung und so weiter, das hat ja ganz viel damit zu tun, dass wir kulturelle Ideen, wir überhaupt von Liebe haben und dass wir uns dann damit identifizieren und so viel Angst haben, das abzulegen, weil es dann vielleicht keine Liebe mehr ist und dann in dem Moment gar kein Raum mehr da ist, Liebe nochmal anders zu definieren und zu sehen, weil wir ja interessanterweise hier gerade hauptsächlich über Paar in Liebe reden, aber es gibt ja so viel mehr Formen von Liebe, deshalb fand ich deinen Beitrag war doch gut, da habe ich mich sehr drin gesehen, also lieber ganz oft auch diesen Aspekt, wunderschön, ruhig, sanft, schwierig, sehr schmerzhaft, dunkel, aber eben nicht nur spannungsgeladen und es ist dann gar nicht negativ, dass es nicht spannungsgeladen ist. Ich würde da mal ein Kategorien starten, du bringst das jetzt, du hast ja erst den Workshop mit dem Transpersonal gemacht und ich finde, du hast gerade einen Kategorialen Fehler gemacht, sogar da, in dem du Transpersonal und Transzendenz gleich gesetzt hast. Du hast gesagt, das Transpersonale ist irgendwo die Flucht aus dem Personal, aber jetzt im würdlichen Sinne, und wenn die Philosophie die Kunst der Begriffe ist, finde ich gerade das Transpersonale, eigentlich genau das Geile, was Platon sagte, die Liebe verbindet uns Menschen, das Personale mit den Göttern, mit der Transzendenz und dieses Feuer entsteht genau daraus, dass wir ganz wir sind und ganz alles und das ist glaube ich, man kann es wirklich transkarrenal nennen, wenn man klar ist, ich meine das nicht Transzendent, nicht die Flucht, sondern ich meine genau diese wunderbare Gleichzeitigkeit, ganz Licht zu sein und ganz der andere des Universums und aus dieser Spannung, wie gesagt, meinte Platon, entsteht dieses Feuer der Schönheit, die Lust. Und die Freude. Und die Freude. Was da auch im Karolschland. Und die Freude. Oder? Ja, das kann man ja wirklich schon groß. Ja, das geht ja noch weiter, das ist gar nicht nur das Transpersonale und das Ichsein, sondern sogar, jetzt haben wir da ja eine kleine Forschung gerade betrieben. Ja, klar, das kam raus. Mit den Erfahrungen, du bist zu früh raus, das war ja gar nicht mitgekriegt. Ja, das habe ich ja. Das Spannende war nämlich, dass wir ja mit den Transpersonalen Liebeserfahrungen gearbeitet hatten, die fast immer mit Erfahrungen, die in Verbindung zu anderen Menschen waren, zu tun hatten. Du hast es doch so schön zusammengefasst am Ende, du kannst es vielleicht noch mal sagen, dass es dann doch, dass Transpersonale doch sich sehr stark mit dem Personal vermischt. Magst du es noch mal sagen? Ich bin da hingegangen und habe gedacht, jetzt erlerne ich etwas über Transpersonale Liebe, von der ich keine Ahnung habe. Und ich war so beruhigt, dass die Transpersonale Liebe im Personal rüberkam. so ähnlich wie ich gestern erfahren habe, dass ich hier mein Ego behandeln darf. Dass ich mich nicht schäden muss. Und mich trotzdem für höhere Selbstinteressieren darf. Und wenn ich es nicht erreiche, dann fliege ich nicht raus. Das fand ich alles sehr, sehr beruhigt. Jetzt hast du ja das eben ledig gerade auch. Also vielleicht doch noch mal zum Thema der Transpersonalen-Vision. Zumal Maik ja auch mit einem Satz von Theat de Jardin eingeführt hat. Und wir haben ja gesehen, die Liebe hat ja verschiedene Facetten. Aber Theats Begriff Theats Begriff der Liebe ist der Omega-Punkt. Er visualisiert die Liebe und identifiziert sie mit dem Göttigen. Er sagt, der Omega-Punkt ist die Liebe. Und die Evolution, er prägt da einen sehr spannenden Begriff dazu, geht auf diesen Omega-Punkt hin und er nennt diesen Prozess der Evolution Amorisation. Amorisation ist ein Begriff von Theat de Jardin, den er für die Evolution nimmt, hin zu diesem Omega-Punkt, auf den die gesamte Evolution ausgerichtet ist. Und der Omega-Punkt ist, da gibt es eine eigene Theologie der Liebe, eine eigene Enzyklika sogar, ist gleichzeitig wieder der Alpha-Punkt. Alpha ist Omega. Ursprung und Endpunkt wäre sozusagen die Liebe. also um Theatsbegriff und er nimmt dafür auch die Metapher der Sonne, nicht umsonst, ja auch bei Platon, die Sonne. Also mit anderen Worten, wir funzeln nicht nur mit unserer kleinen Tachenlampe irgendwie in die Dunkelheit, sondern vielleicht in diese Supersonne. Ja, das vielleicht noch als einen Aspekt. Vielleicht darf ich noch mal schnell zum Begriff sein, in die Runde schmeißen. Ich habe mir untergegangen, das ist Empathie. Verschmelzung möchte ich auch noch einbinden. Sprachlosigkeit. Die fundieren in das große Ganze oder in den anderen, in das Du hinein. Hat es Grenzen, hat es keine, wie weit gehe ich da, wie weit ergiesse ich mich, halte ich mich zurück, wo bleibt mein Ich? Ja, und so wird das Körperliche. Also das vermischt sich total. Also wir haben ja festgestellt, dass transn-personale Liebeserfahrungen sich auswirken, in unserem Körper, dass wir die spüren, ganz physisch. Und umgekehrt, dass physische Erfahrungen, Umarmung, Liebe, Sexualität, auch transn-personale Erfahrungen hervorrufen können. Das ist ja auch so interessant, dass das ganze Personale, die materialistische Existenz, eben das transn-personal auslöst, die Bedingungen dafür sein kann, die Hühne ergibt. Ja, das transn-personale scheint durch das Personal ist der Hintergrund, dass wir künftig Leute mit durchschauen, weil weil die Gruber ist, wie du, ist es auch schon da. Das ist du da als Personal und trotzdem ist es auch trans-personale. Ich würde gerne noch einen Begriff noch mal, oder nicht noch mal, also einen Begriff reinwerfen, zusätzlich zu der Empathie, die wahrscheinlich, also vorhin indirekt, ja auch schon mal genannt ist, mit Resonanz, glaube ich, ist sehr, sehr verwandt mit der Empathie. Aber das, was ich favorisiere, also in den Mittelpunkt, und das besonders wichtig finde, ist, ist eben nicht das, was sie sagt, also die Ruhe, die Gelassenheit, die sich sozusagen tief Luft holen und sagen, ja, also das reine Affirmative, das ist das total Affirmative, das für mich kann ein Augenblick sein, aber er ist ausgesprochen trüberisch. Ich finde es wichtiger, ich finde es wichtiger, einen anderen Begriff in den Mittelpunkt zu rücken, für den Begriff des Zweifels. Also eine Liebe ist dann, wenn wir uns befähigen, zu zweifeln, nicht zu verzweifeln, sondern zu zweifeln. Und also Spannung zu haben, Energie zu produzieren und so weiter, und diesen Zweifel zu erhalten und daraus etwas zu machen. Das ist, glaube ich, der Unterschied zwischen dem, was sie sagt, Verliebtheit, da zweifeln wir nicht. Sondern, wenn man liegt, zweifelt man an sich und an anderen, an anderen Zuständen und so weiter, also darauf, worauf man sich bezieht. Und dieses ist jetzt nicht der Punkt, wo man das als Scheiße, oder halt, lass es alles bloß sein, sondern im Gegenteil, sondern ja, der Zweifel ist eine große Qualität. Das tut zwar weh, aber es ist die Qualität, um die es geht. Weil die nämlich nicht bestätigt. Zweifeln bestätigt. Ja, das ist jetzt klar. Und wenn ich nicht zweifeln würde, dann wäre ich irgendwann ganz doll arschlos, langweilig. Und das ist genau das Gegenteil von mir. Wir haben ja heute in dem ganz personalen Workshop gesagt, also die Liebe wirkt sich ja aus, Kappel. Und bestenfalls kommt Glück raus, man würde das auch so sagen. Also idealerweise für Liebe zu Glück und Boden finden. Wenn ich jetzt mal von meinem augensinnigen Kappelgefühl sprechen darf, darf das hier sein? Dann würde ich sagen, es ist gerade so anstrengend. Und vielleicht geht es nur mir so. Ich bin es aber sehr anstrengend gerade. Das würde ich gerne teilen. Und ich hatte irgendwie eine ganz andere Erwartung, vielleicht ist das auch ein Fehler von mir, dass ich mich auch was Lustiges und was Leichtes eingestellt hatte. Vielleicht kann man das in den letzten Minuten noch inkommen. Yes! Gab also deine Spitzende Idee? Dann hoffe ich es aber mal an. Ja, wir sind hier zu zweit und es soll auch eine philosophische Diskussion sein. Vorhin dachte ich schon, wenn es hier alleine das bestreiten muss auf der Bühne, dann hätte ich was anderes gemacht. Aber ich finde es auch spannend mit, wenn zwei verschiedene Energien, die er sind, die im Biologen sind, miteinander. Und ich habe das jetzt was anderes. Obwohl, ich habe es schon ein bisschen präkert zu machen. Ich habe ja vielleicht zu sehr in Liebe miteinander. Nein! Ich habe zuerst reit jetzt. Für mich ist es nicht schwer. Für mich ist es spannend und anstrengend abwechselnd auch. Ich kann es aber auch nachvollziehen. Zweifel und Spannung und die Herausforderungen muss ich immer bewegen. es kommt einem immer an jeder Antwort. Also, ich mache es auch gerne ruhig manchmal. Ein Fazit gibt es da wohl nicht, obwohl die Stunde schon vorüber ist. ich glaube, das ist einfach auch eine Typ-Frage. Ja? Ob du eher so mehr der Zweifel in der Typ bist oder eher mehr die Erfüllung in der Ruhe suchst, da sind die Menschen auch unterschiedlich. ist so. Also, habe ich so ein Ding. Ich möchte so gerne in der Zweifel in der Liebe noch die Hingabe an die Seite stellen. Also zu sagen, okay, das ist der eine. Wahrscheinlich gibt es auch da, glaube ich, die Sachen. Der Zweifel ist gegeben, aber auch die Hingabe, dass das ist. Das zeigt sich. Es kann schmerzlich sein, es kann vorwahrscheinlich sein, es kann erfreulich sein. als dem Glauben es ist. Ich glaube, dass man dieses Begriff oder dieses Wort, muss ja gar nicht theoretisch sein, sondern dieses Wort, dass dieses Wort reichhaltig und wahrhaftig ist, wenn es in sich die Gegensätze aufnimmt. Das ist der Punkt. Ihr seht das schon, das kündigt sich schon nach Übergang an. Ja. Also es wird genau was passieren, was du jetzt schon angekündigt hast. Sozusagen, nachdem wir jetzt alle die Kunst des Zweifels geübt haben, die ist ja auch so und so, das kommen wir jetzt in der glücklichen Stunde uns in der freundvollen fließenden Energie der Liebe weiterfließen lassen. So können wir die beiden weiter zum Übergang helfen zu der Gegend sich aus der Kunst des Zweifelns in die Kunst des Fließen-Lassens in der glücklichen Energie der Liebe hineinzunehmen. Deshalb ist die Frage, macht ihr noch Abschluss, ansonsten, dann ist der Apfel, der Apfel, der Apfel ist schon da.